Ja, guten Abend zu fortgeschrittener Stunde und danke für die Ehre, hier reden zu dürfen als Politiker, der glaubwürdig wirkt. Und so begann mein Abend, als ich unten im Foyer stand und ein bisschen betrachtete, was hier alles so glänzt und glitzert, stupste mich die Frau, um die es jetzt gehen wird, in den nächsten drei, vier Minuten von der Seite an und sagte, ganz schön viel Inszenierung, fast wie in der Politik, oder? Und sie guckte mich so an und ich merkte daraus, dass es nicht nur als Kompliment gemeint war, wenn man politisch erfolgreich ist, sondern ganz schön viel Inszenierung. Das klingt eben unernst, unecht oder man wirkt nur authentisch, aber das ist ja ihr Beruf. Und dann bin ich so ein bisschen mit, das will ich zugeben, mit skeptischem Gefühl da in meinen Sitz geplumpst und dachte, na was gibt denn wohl der Abend wohl so her? Und dann erlebe ich Aufrufe zu Demos, Appelle für Klimaschutz, für Fridays for Future, für Diversität, für eine offene Gesellschaft, klare Kante gegen rechts, ein jüdisch gesungenes Lied und so häufig ist heute Abend der Spiegel des als ob durchschlagen worden, dass ich dachte oder denke, es ist ein ganz fantastischer Abend. Und jetzt kann ich vielleicht einen kleinen Beitrag zu diesem vermeintlichen Widerspruch leisten, dass eine Politikerin den Ehrenpreis für Inspiration bekommt. Denn in der Regel, und Sie merken, Sie fangen ja schon an zu lachen, Sie merken den Widerspruch, dass Politiker, Politikerinnen in diesem Fall inspirativ wirken, ist so häufig nun auch nicht mehr der Fall. Aber tatsächlich gibt es eine Frau und die haben Sie auserkoren, die Jury auserkoren, die mit ihrem Leben und letztlich auch mit den letzten Jahren, in denen sie im Europaparlament für eine neue Gesetzgebung im Internet gekämpft hat, genau dafür steht. Die Rede ist von Helga Trüppel, eine Politikerin, die vor ein paar Jahren in Bremen schon Kultursenatorin war und da für Kunst und Kultur in der Praxis, in der Umsetzung schon die Lanze gebrochen hat. Also wenn Sie so wollen, politisch vom Fach kommt. Dann 15 Jahre für meine Partei im Europaparlament unterwegs war, den Kampf ihres Lebens aber in den letzten zwei, drei Jahren gefochten hat, nämlich als es um die Frage, wie Urheberinnen und Urheber im Internet belohnt werden, vergütet werden ging und es war kein einfacher Kampf, das wird man sagen können, gegen letztlich die geballte Öffentlichkeit im Internet, gegen eine Reihe von publizierter Meinung und auch gegen einen Großteil der eigenen Partei hat Helga Trüppel letztlich für ihre Interessen und die der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, der Fotografinnen und Fotografen, der Schauspielerinnen und Schauspieler versucht und es hinbekommen, im Internet dafür zu sorgen, dass User, vor allem Urheberinnen und Urheber und die Plattformanbieter zu einem fairen Ausgleich kommen. Die Zensur im Internet immer abgelehnt, scharf darauf geachtet, dass es keine polierte, manipulierte Meinung gibt, gleichwohl aber, dass die Kreativität, der Aufbruch, die Versuchsanordnung, die Kunst und Kultur so notwendig braucht, wie Luft zum Atmen, eine Chance hat. Und eine Chance hat sie eben auch nur, wenn sie nicht ausgenutzt wird, kommerzialisiert wird, sondern in ihrem eigenen Recht bestehen bleibt. Das heißt, sie muss fair vergütet werden. Das ist dann durchgekommen, nicht zuletzt auch durch den Einsatz von Helga Trüppel. Das ist der Dank sozusagen, aber vielleicht noch nicht die Inspiration selbst, sondern ja geschuldet einem politischen Einsatz, der bei Helga eine lange Tradition hat. Und in der Beschäftigung mit dir, Helga, habe ich nochmal ein bisschen zurückgeblättert und ich glaube, die Tradition ist noch viel länger als die Senatorenschaft in Bremen, sondern sie geht bis auf deine Doktorarbeit zurück. 1988 hast du über Undine motivgeschichtliche Interpretation dieser mythischen Figur geschrieben. Undine, das werden einige von ihnen erinnern, ist eine Nixe, eine Nymphe, eine Meeresgöttin und sie hat die Besonderheit, dass sie nur dann eine Seele bekommt, wenn sie sich verliebt. Und so ist das Schicksal dieser Figur, dass sie immer wieder sich neu verlieben muss und diese Liebe muss natürlich immer wieder scheitern, damit sie immer wieder sich neu verlieben kann. Und sie merken schon, wenn ich das sage, dass es eine faszinierende Figur für Kunst und Kulturschaffende schon immer war, denn sie ist nicht als Lebewesen faszinierend, sondern sie ist die Kunst. Sie ist das Bild für die Kunst, die sich immer wieder neu dem Menschen öffnen muss, in die Menschen hineinversetzen, den Menschen lieben muss und dann immer wieder in der Vergänglichkeit, also dem unglücklichen Leben sozusagen untergehen muss und sich diesem Leben überlassen muss. Und heute Abend haben wir an so vielen Stellen, habe ich, Sie kennen das ja wahrscheinlich, Sie kennen ja sich besser, als ich es kann, an so vielen Stellen genau diesen Moment, wo Kunst als Fassade, als Marionettenspiel durchbrochen wird, erlebt. Ulrich Mattes hat davon gesprochen, dass die Gegenwärtigkeit der Kunst ihn berührt hat, diesen Preis zu verleihen. Er hat von der Absolutheit des Augenblicks gesprochen und danach wurde, hat Lena Utsdorsky davon gesprochen, wie sie vergessen hat zu spielen und gerade dadurch ist ihr Spiel unmittelbar geworden. Ich glaube, dass das der Moment ist, dieser undinenhafte Moment der Kunst, Kultur, Schauspielkunst eigentlich ausmacht, dass man sich tatsächlich dem Kreatürlichen, der Augenblicklichkeit des Daseins, den Verschlingungen unterwirft, sich aussetzt und dann auch mit der Ungewissheit, mit der Möglichkeit, mit dem Möglichkeitsraum versucht, dieses ewige sich wiederverlieben zu erzeugen. Nun, das wiederum, das wiederum habe ich Das wiederum habe ich gefunden in der Doktorarbeit einer Politikerin vor, muss ich mal rechnen, vor 30, vor 35 Jahren geschrieben und vielleicht ist es kein schlechtes Rüstzeug, so schwer es ist in der Kunst und der Kultur, sich gegen dieses als ob, gegen diese Fassade zu stemmen und immer wieder diesen Moment der Wahrhaftigkeit zu erzeugen, sich ein bisschen mit Kunst und Kultur beschäftigt zu haben, bevor man Politikerin wird. Und ich glaube, Helga, das ist die Inspiration, die es dir in unserer Partei so häufig so schwer gemacht hat, die er heute Abend aber mit großer Berechtigung ihre Würdigung erhält. Meine Damen und Herren, Helga Trüpel. Dankeschön. Applaus